Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelists. Im letzten Part haben wir einen sehr tollen Kampf angefangen. Nicht gegen Don 1000. Wie man sich's denken kann. Yuma hat immer noch nicht die besten Karten, die man sich vorstellen kann. Wir versuchen es einfach weiter. Ich meine, mehr kann ich auch nicht machen. Außer hoffen, dass er mal nicht die OP-sten Karten zieht oder wir mal gute Karten ziehen. Ich meine, man kann ein, zwei Züge vielleicht anders machen als ich. Wenn man so ein Blatt hat, ist es halt sehr schwierig. Man kann auch direkt eine Utopia beschwören, wenn man die richtigen Karten hat. Direkt eine stärkere Utopia. Nicht verklicken. Mein Hauptproblem ist halt, ich hab zu wenig Monstergefühl auf der Hand manchmal. Beziehungsweise gute Karten-Effekte auf Dauer- und Fallenkarten. Wir hatten halt auch schon bessere Decks. Muss man halt so sagen. Mein 6L3 ist eigentlich die stärkste Form. Neuer gefühlt gebracht hat, das ist nichts... Also hätt's ja ruhig weiter auf Normalsextel machen können oder einfach nur Humor spielen. Ah ne, das wäre ja langweilig. Ja, Utopia ist auch wieder weg. Ich habe direkt zwei Nummern-Karten, das heißt, ich habe Glück. Hat nur mit zwei Karten auf der Hand. Ich hoffe, das sind keine zwei Stufe-4-Monster. Geotopia ist noch nicht weg. Geotopia ist noch nicht weg. Ah, doch. Ich... Hm, okay. Ich super schulde jetzt die Karte. Die Karte ist neu. Die hatten wir noch nicht. Die Karte hatten wir noch nicht. Tatsächlich. Lautlose Ehre, Ack. Ja. Man kennt sie, man hasst sie. Sie ist ja toll und ich mag sie immer noch nicht. Mal schauen, was kann der. Du kannst ein offenes Exist-Monster wählen, das du kontrollierst. Du musst das gewählt ziehen und diese Karte aus. Du kontrollierst, es erhält 1.200 Artikel. Du kannst ein Exist-Material von der Karte abhängen. Dann eine Karte empfiehlt auf seines Gegners. Wir in den Verbande das gewählte Ziel. Du kannst diesen Effekt von Nummer 80 nur einmal pro Spiel zu aktivieren. Bis zu zweimal pro Spiel zu aktivieren. So rum. Okay. Ja. Ähm. Exist-Wiedergeburt fällt dadurch weg. Doppel-Doll-Nichts fällt natürlich auch ins Wasser. Hätt's gedacht. Monotopia. Vor allem... Wieso haben wir nicht sowas wie Lichtschwärze im Deck? Ich mein... Wär das zu viel verlangt. Einmal Lichtschwärze. Vielleicht zweimal. Oder dreimal. Oder dreimal. Oder irgendwas, wodurch ich halt dich angreifen kann. Eigentlich ist hier nicht zu viel verlangt. Ich mein, ich hab Spielkraft, aber ich glaub auch nur einmal im Deck. Doppel-Doll-Nichts kann ich natürlich jetzt auch nicht einsetzen. Aber ich nehm zumindest nicht die volle Trellung Schaden. Und ich glaub das Duell ist eigentlich schon wieder vorbei. Geärgert kennt. Ist jetzt nicht die Karte die ich brauch. Ich hab auch schon wieder nur... Verzöpeln und doppel-Doll-Doll-Nichts hier liegen. Wir hatten... 3.300er Monster... Ja, ich kriege eine verdeckte Karte noch. Ich kann es versuchen weiter zu spielen, das wird halt nicht viel bewirken. Ich hätte jetzt auch warten können, einmal Schaden nehmen. Vielleicht hätte ich einen Gagga-Monster gezogen, vielleicht auch nicht. Ist halt auch nicht hundertprozentig sicher. Ich hätte gar nichts gezogen, nehme ich noch ein Gagga-Kind. Das ist ganz toll, bringen wir nämlich nichts, wenn man es genau nimmt. Wie gesagt, einmal kann ich Schaden nehmen. Ein zweites Mal wird kritisch. Langes Punkt hat Gagga gekannt. 800. Heißt, ich könnte es auf 2.5 runter machen mit Utopia, wäre es erledigt. Ist dann auch so gut wie erledigt. Mal wieder. Machen wir erstmal Exis Wiedergeburt. Heißt, Utopia kommt wieder hierher. Ich greife noch nicht richtig. Spiel das jetzt mal locker runter. Und wenn er mich angreift, kann ich es vielleicht noch aktivieren. Das war ein Fehler. Ich wollte nicht. Naja, ich wollte Utopia nicht aktivieren. Nein, vergisst das. Ich habe es jetzt schon verspielt. Vielleicht habe ich Glück. Und kriege ich jetzt Gagga Magier. Vielleicht habe ich Pech. Kriege auch Gagga Mädchen. Ich habe kein Stu... Doch, ich habe sogar Stufe 3 Monster. Nevermind. Beziehungsweise Rang 3 Monster so rum. Ja, lieber Tandrache kommt halt jetzt auch nicht dagegen an. Ja. Aufgeben ist auch eine Option. Wir fangen halt direkt wieder gut an. Ich hasse den Kampf. Mensch. Wieso? Wieso? Wieso muss Juma so schlechte Karten manchmal haben? Beziehungsweise ist es so spezifische Karten, die nur dann funktionieren, wenn der Gegner nichts dagegen machen kann. So, ich behalte es jetzt einfach mal alles so wie es ist in der Hand. Obwohl mir Gagga Magier am besten. Falls meine Mystische Schutzmater zerstört wird, die natürlich zerstört wird. Definitiv zerstört wird. Ich kann noch eine Karte abwerfen. Ich mache ihn vielleicht diesmal mal Schaden. Natürlich müsste ich der Tomate aktivieren. Wenn ich schon so gefragt werde... Natürlich möchte ich ihn Gagga Magier holen. Ich meine, ich habe schon was gekündigt. Das ist... Premium. Wir sagen ihm, dass man so wie es ist. Goblinburg ist natürlich auch sehr stark. Ja, ich muss es halt machen. Selbst wenn ich dann nicht angreifen kann. Da ist halt das Problem, weil er erkennt. Ich kann danach nicht angreifen. So, dann hole ich natürlich Goblinburg. So, dann hole ich natürlich Goblinburg. Okay, ja. Mein... Doppeltelt besser heißt es ja gewöhnlich. Also von dem... Hab ich vielleicht mal Glück. Nein, ich möchte die Phoenix-Karte immer noch nicht aktivieren. Drei Utopia ist... ...kann mal besser als wenn ich nur eine habe, die direkt weg ist. Und diesmal habe ich sogar noch ein Konto, das... ...den ich direkt weg sein kann. Zu... ...80% würde ich mal so behaupten. Muss man kurz was anderes schauen. Also davon einen Effekt gehabt. Kannst du den Material von dieser Karte abhängen und dann noch Monster wählen, dass die Gegenkontrolle übernimmt. Die Kontrolle über... ...das Monster-Karte kann... ...nicht in das Spiel zu ergreifen, den sie beschäftigt. Ne, Effekt aktiviert. Okay. Großauge hätte ich natürlich jetzt auch spielen können. Durch Geiger Magier und Geiger Kind. Hätte ich noch extra Monster... ...werte noch weniger. Ist jetzt aber schon egal. Mich ist ja gerade nur wichtig, dass ähm... ...genau die Karten ruft. Okay. Die Karten hätte ich jetzt nicht gebraucht. So, da ist die Karte. Nein, ist mir jetzt auch egal. Ich schick die mal weg. Vielleicht kann er die nichts ausrüsten. Wodurch sie ihm nichts gebracht hat. Wow. Okay. Wir können nur mal eine Verteidigung aufstellen. Vorerst. Nein, ich möchte den Effekt nicht aktivieren. Gut. Wir machen ihm Schaden. Als erstes Mal seit... ...3 Spielen. Ach ja, stimmt. Ja, das ist schon... Mensch, wieso hat der denn so verdammten Boxer? Der Boxer ist halt auch so okay. Er hat halt nur Stufe 4 Karten. Weil er braucht auch nichts anderes. Weil er braucht auch nichts anderes. Ich hätte natürlich mit Phoenix warten können, bis äh... ...ausrüstet. Ja... Wäre auch noch eine Idee gewesen. Jetzt hat er halt... ...ein lautloser Errag. Okay. Oh. Das ist ja nur eine Utopia. Das... ...ist wiederum gut. ...ist wiederum gut. Das... ...ist wiederum gut. Wir haben. Zwei Utopia ist immer besser als eine. Zumindest gegen Don 1000, da der ja... ...ein paar gemeine Karten hat... ...die ich nicht so mag. Ich meine, ich hätte noch warten können. Na, ich weiß ja nicht, was der hat. Beziehungsweise, ich weiß wirklich nicht, was der auf der Hand hat. Aber ich brauche ja mindestens zwei Angriffe, damit... ...die lautlose Errag weg ist. Weil der jetzt schon drei Utopias verschwendet. Eigentlich. Wenn man es genau nimmt. Ah, hey. Man kann nicht alles haben. Ah ne, stimmt. Der hat ja auch noch Spiegelkraft irgendwo. Okay. Okay, okay, okay. Da muss ich noch aufpassen. Ich darf mal an. Ich glaube, das ist kein Fehler. Äh, ja. War jetzt kein Fehler, vorerst. Wie ich die Karten von ihm hasse. Jede Karten dreimal. Außer die. Jede andere. Außer die. Und auch kein dreimal lautlose Errag. Wäre der Kampf so viel einfacher. Wäre der Kampf so viel einfacher. Wäre der Kampf so viel einfacher. Äh. Xis. Monster umswitchen. Damit ich überhaupt irgendwas machen kann. Ey. Wir sehen neue Karten. Es passt. Ja. Ich sag eh schon nichts mehr dazu. Ah. Jetzt zerstellen wir mal seine Kürze. Okay. Mein ernehmt den Schaden. Finde ich auch toll. Das finde ich nicht toll. Weil, dass ich dann nicht noch mal die Entscheidung kriege, ob ich Oktob aktivieren möchte oder nicht. Ich lasse ihn. Ich lasse ihn. Ich lasse ihn. Ey. Eine weitere Karte, die ich hasse. Oder so. Da ich auch nichts gegen die ausrichten kann. Gefühlt. fühlt ja ich weiß ich weiß nicht mehr soll ich überhaupt noch versuchen wenn das deck sagt nein da ich nur schlechte karten ziehen ich würde eigentlich schon gern irgendwie weiterkommen wenn die mystische tomate ist jetzt noch mal life saver auf ich kann zum guten effekt aktivieren in einem einmal schaden weil es so schön war das schön ist aber finde ich jetzt ausnahmsweise mal keinen schaden ich muss bergermagrippe werden ich habe fast alle karten die gut sind im deck schon wieder draußen jetzt muss ich auf das sind wir kochen außer er macht jetzt noch lauter serrat nein macht er nicht wenn er die jetzt beschworen hätte man mal einfach nehmen können wodurch ich halt auch automatisch aufgeben muss jage mädchen ist ausnahmsweise mal relativ gut ja ok und probiere geht ja nicht mehr das heißt ich gehe auf die karte und groß sauer ich hoffe große augen kann mir ein bisschen mehr zu helfen es kann nur besser werden ja gaga mädchen aktivieren ist immer gut ich habe vergessen was der effekt war ach sie kann werden zu null ok dann übernehme ich natürlich die kontrolle über das monster dazu störe ich natürlich sein monster schade geht leider nicht dann greife ich nicht mal an oh spiegelkarte ich habe vergessen ihr habt ja auch sowas ja überlebe ich das noch menschen monster hat null angriffspunkte tausend verteidigung hat noch 26 karten ich habe noch viel 23 das geile mädchen wäre eigentlich dass sich eine karte ziehen darf aber scheinbar ist eine andere karte goblenberg ja besser als nichts kann leider das im effekt nicht aktivieren da ich keine stufe vier monster auf der hand habe habe ich verschwindet wenigstens lautlos ähre ist in ordnung habe ich noch extra save mache ich ihn tausend schaden wir haben ihn mal unter unter siebenhundert leben äh siebentausend leben so rum oh mensch ähm ähm er ist auch wahrscheinlich gleich sterben ich musste trocken dass launlose ähre bestört macht er natürlich nicht er wusste natürlich was ich hier in der hinterhand hab kann natürlich den effekt aktivieren daher meine angriffspunkte eingeschränkt wurden nein ich versuche es wirklich mit aller kraft aber es will halt nicht das game möchte halt nicht dass ich gewinne auch eine karte zum safen sonst obwohl wenn er erst ein monster zieht habe ich auch verloren so schnell habe ich noch mal glück das ist gut das ist sehr gut also ich kann leviathan drache beschwören mit leviathan drache kann ich mir nochmal andere punkte zu holen bin am letzten limit der lebenspunkte gefühls er darf jetzt einfach nur keine katze haben die mir irgendwie noch mal blockiert ich meine er hat null angreifspunkte okay es hat sich ausgezahlt er hat null angreifspunkte allerdings wenn er erst ein monster zieht habe ich trotzdem verloren würde es mächtigen zweimal gar gar wache hilf mir ich bin so am limit ich kann jetzt nicht mal galga cowboy verwenden da wenn ich jetzt ein monster zerstören möchte er einfach die chaos nummer davon beschwört also ich muss sie aussetzen oder schauen dass ich irgendwie seine zauberkarten wegbekomme danke wüstete raumteifung hilft wo am limit kämpfen ist halt so schwierig okay es sind zwei kriege was macht der nochmal für einen effekt kannst du materialien von dieser karte abhängen die artikel dieser karte werden bis zum nächsten endfilter des gegners doppelten erraten hier draußen angriffspunkte oder du kannst dann nichts diesem material von dieser karte abhängen für diesen effekt nein für diesen effekt ausabhängig von der derzeitigen kampfposition diese karte als diese karte in diesem spielzug ein monster eines gegners eingreift erhält sie nur während der damage step 1080 h zusätzlich verliert das monster seines gegners während der damage step 580 h beteiligungsposition füge deinen gegner 800 schaden zu okay okay dann nehme ich doch lieber heroische champion x kalibur ich meine der wird ja nicht beeinträchtigt von gehen würden aber ich habe trotzdem eine 2000 verteidigung mindestens ein paar zu hart am limit nein ich möchte seinen effekt nicht aktivieren ich möchte einfach nur sein monster weg bekommen ich hoffe er hat jetzt auch keine monster mehr ja natürlich noch monster ich greife mal an ja groß ramme hätte mich zerstören können tatsächlich das sehr hart zerstören können wenn er noch ein anderes monster hätte er hat er zum glück nicht ja das ist natürlich mal wieder ganz toll ich sollte das vorher nicht gemacht er hätte mich einfach zerstören können 300 lebenspunkte das limit ist noch nicht erreicht 1080 k das gegnerische monster verliert ja das kann ich machen muss ich machen ich meine habe ich sonst irgendwas im deck was mir gerade weiterhilft nein ich meine ich habe keine drei monster stufe 3 ich habe könnte zwei monster stufe 4 also eigentlich diese materiefe von dieser karte abhängen in diesem spiel zu können auch wenn du schon machst du die du kontrollierst weder durch kampf noch durch karten effekt zerstört werden das ist genau das was ich bräuchte gerger cowboy schön und gut wer halt auch in 2500 ist es würde auch safe überleben ich muss jetzt überlegen gerger cowboy oder blutrot zu schatten rüstungs nun ja ich meine ich kriege ihn auf jeden fall down aber eher mit blutroter schatten denn ja das heißt ich mache jetzt meine monster zu stufe 5 monster wenn ich das darf es ist halt einfach schon 30 karten auf dem friedhof ist halt einfach schon so krass nur 15 karten verbleiben bei mir ist 17 bei ihm der dritter mini hat zumindest mal nichts zu stören in der runde ok ich bin wieder auf kurs es ist alles noch drin es ist alles noch drin denn er kann nicht durch karteneffekte zerstört werden ich glaube es ist vorbei es ist so gut wie vorbei viel kraft auch noch jetzt kommen die guten karten ich habe mich die ganze zeit wunderbar noch nicht irgendwo muss die karte ja auch noch sein für der strahls sieg ich habe meine ganzen exis wieder geburten die müssten ja eigentlich jetzt auch mal kommen ok jetzt wohnen dann tausend ich hätte sich noch mal ein bisschen am leben ich darf jetzt keine monster beschwören oder es sieht ja leider nicht aus ich darf monster beschwören doch 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 ich habe spielkraft ich darf gargermädchen beschwören ja stimmt er hat ja noch die zwei karten das gargermädchen macht quasi ihm sogar plus 100 das gargermädchen ich habe gesagt bitte kein monster hey goblomberg du machst ihn doch sicher auf den Charme ach ne stimmt du machst dir 600 schaden weil die karte hier doppelt liegt ja du machst ihm 100 schaden besser als gar nichts ja spielkraft aus diesem grund habe ich spielkraft genau dafür zwei karte muss ich das jetzt wirklich mit goblomberg zu ende spielen mit 100 schaden jede runde ich brauche monster ich brauche exis wiedergeburt oh der kampf ist so lächerlich oh der kampf ist so lächerlich Angst über kühlungsgerät es geht nicht anders danke endlich oh verdammt ich glaube ich habe es geschafft da willst du keinen fehler machen er kann mich nicht durch verteidigung schauen und richten ok exis wiedergeburt ok jetzt haben wir eine große auswahl und ich will natürlich utopia da ich noch einmal hopp auf nummeron und mit nummeron und sollten wir es dann hoffentlich geschafft haben ja ok zw zanaru bringe jetzt auch nicht so schlecht ich mache das problem halt zu utopia strahl safety first vor allem kann utopia strahl seinen effekt mal aktivieren ok wir sind das erste mal den effekt von utopia strahl und der pass geht viel zu lange wir können ihn einfalle mal vernichten oh don tausend sag dir wohl oh endlich mit 300 schäbes punkte wir haben es geschafft wir haben dann tausend besiegt wie absurd vielleicht kann ich glauben dass ich verloren habe glaub es ruhig wir haben den bösen träum auf aufgehalten und sie eine böse wachung beschert ich habe mich vielleicht besiegt aber die zerstörung eurer welt ist trotzdem nicht vom tisch ich habe lediglich meinen körper bezwungen nicht meinen geist während meine dunkle energie bald zu leben wird besichere ich euch dass ihr das nicht werdet und kack humor und das zahl der kampf ist noch nicht vorbei eigentlich hat er noch nicht einmal angefangen doch der kampf ist vorbei ok so allerdings bevor ich die jetzt weiter mache seit der part 40 minuten geht bedanke ich mich für mich für das zusehen die letzte Wettmitte aus euch gefallen hat wenn ihr nichts war es habt könnt ihr euch gerne auf ein Abo da lassen und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh Legacy of the Duelist wieder Ciao